Hallo zusammen, das ist Syria und ich bin Leandro. Und wir machen KV-Lehr in der WKG im Beresschwil. Heute zeigen wir euch einen Einblick in unseren Berufsalltag. Kommen doch mal mit! Zu meinen täglichen Aufgaben in der Abteilung Verkauf gehören E-Mail schreiben und telefonieren. Soweit auf Englisch als auch auf Deutsch. Andere Sprachen sind immer gerne erwünscht. In unserem Beruf ist es wichtig, dass wir freundlich und lösungsorientiert sind, da man täglich mit den Kunden zusammenarbeitet. Ich erstelle Angebote durch Bestellungen erfassen und schicke dann die Auftragsbestätigungen am Kunden. Anschliessend wird der Auftrag von verschiedenen Abteilungen weiter bearbeitet und endet am Schluss in der Abteilung Fakturierung und Export. In der Abteilung Fakturierung und Export bin ich für den weltweiten Versand von unseren Produkten zuständig. Ich deklariere unsere Kundenbestellungen beim Zoll und beim Spediteur und kümmere mich um die Abwicklung der Auftragsdokumentation. Ich arbeite gerne bei der WK, weil wir ein sehr familiäres Team haben. Aufgrund unserer Dual-Kultur herrscht eine entspannte Atmosphäre zwischen den Mitarbeitern. Ausserdem sind alle Arbeitskollegen sehr freundlich und hilfsbereit und es herrscht ein angenehmes Arbeitsklima. Da man in einigen Bereichen mit vielen Leuten in Kontakt kommt, zum Beispiel bei der Bedienung der Telefonzentrale und beim Kundenempfang, ist der Beruf besonders für kontaktfreudige Menschen geeignet. Ah, easy. Jetzt hast du einen Einblick in den spannenden Berufsalltag als KV bei der WKG bekommen. Wenn euch der Berufsalltag gefallen hat, dann bewerbt euch doch heute noch über Justi.